Schowa Isar, 40 cm, nicht sage ich männlich. Auch den haben wir als Tossei gekauft im Frühjahr. Wir haben alle 5-6 cm weniger, weil es so warm war. 2-3 Monate, 28 Grad Wassertemperatur kann man nicht füttern. Und die Größe fehlt jetzt aber. Bis Mai haben wir die alle auf 50-55 cm. Das ist so der Durchschnitt. Und die Männer von Isar Werner sehr groß sind, qualitativ super durch. Also das ist einer von den sehr guten. Wer hier interessiert, auch der ist noch frei.